Was mein Leben reicher macht, das ist ein kleiner Satz und der lautet Ich liebe uns. Herzlich willkommen bei Angedacht. Ja, dieser kleine Satz, ich liebe uns, der ist gefallen am Ende eines Filmes, den ich jetzt letztens im Zoom-Kino in Brühl gesehen habe. Und der hat den Titel Tully oder Tully, wie auch immer. Und erzählt wird die Geschichte von Marlo. Sie ist eine Mutter von drei Kindern, so Anfang 40, schätze ich mal. Und da sitzt sie zwischen Essensresten, Kleidungsstücken und Spielzeugen, die verteilt sind auf dem Teppich, auf dem Tisch, auf dem Sofa. Und ist völlig überfordert. Sie hat gerade ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Sie ist verheiratet mit einem Mann, der hart arbeitet und der abends immer im Bett einliegt, mit der im Bett liegt, mit der Fernbedienung in seiner Hand und irgendwelche Baller-Computerspiele spielt. Naja, und das dritte Kind ist geboren und das treibt sie eigentlich völlig an die Grenze ihrer Kräfte. Das mittlere Kind, der Sohn, ist so hypersensitiv und ziemlich agrohat Probleme in der Schule. Und die älteste Tochter ist so ein bisschen vor Pubertär und fragt sich, Mama, was hast du eigentlich für einen Körper, wie sieht das aus? Also ein amerikanischer Film, der die Wirklichkeit mal darstellt, ungeschminkt und nicht so glatt, wie das sonst immer so passiert. Naja, und in dieser sehr großen Situation der Überforderung kommt Tully ins Spiel, oder Tully, wie auch immer. Und sie ist so etwas wie eine Night Nanny. Sie ist in der Nacht da und kümmert sich um das kleine, neu geborene Kind Mia und wickelt es, bringt es zum Stillen und so weiter. Die Frau, die Mutter ist ein bisschen entlastet und die beiden Frauen fangen an, sich zu befreuen. Sie erzählen ihr Leben. Und ja, Marlo denkt darüber nach, wie das ist, dass Jugend vorbei ist und dass sie jetzt eben halt in einer anderen Zeit lebt und fängt langsam an, das anzunehmen. Und so in der relativ vorletzten Sequenz des Filmes ist es so, dass die beiden Frauen doch in einer Nacht einfach mal ausbrechen. Mia ist gestillt, alles gut, alles prima. Und sie fahren nach Brooklyn in die City und machen richtig einen drauf. Und auf dem Rückweg passiert dann natürlich das Drama, was natürlich passieren muss, damit der Film spannend bleibt. Marlo kommt mit dem Auto irgendwie von der Straße ab, stürzt eine Brücke runter, die beiden landen im Fluss, das Auto geht unter, aber sie werden gerettet. Und dann liegt Marlo letztlich im Krankenzimmerbett und wacht gerade auf und ihr Mann kommt herein und dann sagt er diesen entscheidenden Satz, ich liebe uns. Und sie sagt dann, ja, ich liebe uns auch. Ich liebe uns, das klingt völlig anders, als zu sagen, ich liebe dich. Und der andere denkt, so, ja, ich liebe mich auch, alles paletti, alles gut. Nein, ich liebe uns. Das ist irgendwie ein Bekenntnis zu einer Beziehung, zu einer Geschichte, die zwei Menschen miteinander teilen. Ich liebe uns. Ich finde das irgendwie einen sehr, sehr tiefen und berührenden Satz. Das ist für mich fast ein himmlischer und ein göttlicher Satz, weil ich denke, dass Gott genauso Gedanken für jeden und jede für uns hat. Dass Gott uns anschaut und sagt, ja, ich liebe uns, unsere Geschichte. Ich merke, ich bin mit diesem Satz noch nicht so ganz, ganz fertig. Das macht aber nichts. Ich nehme diesen Satz einfach mal in meinen kreativen Standby, werde noch mal ein bisschen drüber schlafen und am nächsten Montag dann werde ich Ihnen ein bisschen was erzählen über kreativen Standby. Ich liebe ihn und ja, dann bis nächsten Montag. Bis dahin eine gute und bewegte Woche und schauen Sie mal darauf, zu wem Sie sagen können, ich liebe uns. Bis dahin, alles Gute, Gott befohlen und Tschüss. Das war angedacht. Was dein Leben reicher macht, jeden Montag ein neuer Impuls.